So, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Back to Saturn X, Level 13, nach einer kleinen Kaffee-Fause, meinerseits, Back to Saturn X, nein, 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 perfekt. So, damit ein Kaffee-Faarer ist, dass die Kaffee-Faarer ist. Oh! What the fuck? Okay... Ach, nöööö! Hä? Wie viele Leben haben wir denn? Alter. Wow, kann man Schutzkleben. Und er geht den wieder. Ach komm. Okay, das müssen wir durchhalten. Das mit dem Gratis funktioniert überhaupt nicht. Von daher kommt es nicht wieder tot. Oh, Alter. Fuck. Jetzt kommt ja dieses Dingster-Muster. Ja, das ist gut. Oh. Oh, komm. Mal raus. Ach, komm. Oh, Alter. Was ist denn los? Na los! Komm doch raus, du! Hotzen-Arsch-Kanacke, bitch. So. Das ist eine Musik, Alter. Klingt ja wie Mario auf Drogen. Verpacken. Verpacken. Oh, danke. Danke. What? Kann man doch irgendwo raus, wenn man hier rüber rum springt? Geil. Okay. Okay. So, speisen wir hier ganz kurz. Quick-Safe. So. Oh. Oh. What? Oh. 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 Also ich versteh nicht, warum die immer gleich reagieren, sobald man die angreift. Gut, so muss ich erstmal BAM machen. So. Leute sind ja beide hier. Leute. Na, habt ihr es manchmal? Greifen sie sich jetzt gerade gegner dich an? Ja. Die greifen sich gegner dich an, ich glaub's nicht. Was ist denn hier los? Wow. Fuck. Oh, alter Mann, Alter. Nein, 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 nein. Hm, hallo, hallo, hallo. Ach, Mann, ey, bitte, scheiße hier, hallo. Immer noch mal hin, ne? Ja, leck mich doch am Arsch, du Arsch. Ich hab ja so. Das war gar nicht. Boah, alter, nö, es kommt nach ehrlich. Fuck off. Das geht's doch gar nicht, das wird nichts, tschüss, ich bin raus. Alter 7 Uhr Ausgang geht hier auch nirgendswo, ich muss da also lang. Alter 8 Uhr Ausgang geht hier auch nirgendswo, ich muss da auch nirgendswo. Alter, was machst du hier nicht eigentlich? Dankeschön. Perfekt. God damn it. Also diese Viecher, die sind schon echt ganz schön heftig und dann auch noch gleich zwei mit einmal. So, haben wir. Hier ist nichts. Good. Bam. Oh. Hier geht's ja runter. Oh. 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 Ich weiß nicht, dass es irgendjemand mehr ist. So, da kann man ja hin und dann... Aha! So, sieht das mal wieder aus. Ja, wir haben ein Fünftel der Gegner. Und ich muss daran denken, dass wir hier wieder nach Seacut Osho halten müssen. Wobei, die Punkte bringen uns ja derzeit gar nichts, weil diese Credits sowieso immer Bullshit sind. Ich muss mal kinderfreundlich ausdrücken. Kann ich da runter? So komme ich hier hin. Ach wow! Hat jetzt voll schön gebracht und so. So, und da rein kann ich garantiert nicht. Nein, sieht nicht so aus. Das wird jetzt wiederum aus wie ein Sieg wird. Ist wohl kein Sieg. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Boah, du Kacke. Ähm, gut. Wie sieht die jetzt alle? Leute? Guck mal Leute. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Das wird ja immer alle sterben. Das wäre ja ganz lieb. Alter Scheiße, ey. Hä? Guck mal. Guck mal. Na komm. Ich muss ja wirklich immer rumrennen. Wow. Da ist ja unser kleiner, äh, Spooky-Freund. Der die Spooky-Schweiß, äh, Spooky-Schweiß, na klar. Der die Spooky-Geister beschwört. What the fuck. Ah komm noch. So. Dankeschön. Halt das Schwede, ey. Das geht ja mal schon ab hier. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ähm, ich habe doch schon privat wieder ein bisschen Wechsel drum gespielt. Allerdings bin ich da bei Anfang dieser Map jetzt, also sagen wir gerade angefangen haben, praktisch aufgehört. Heißt also das alles hier ist mir jetzt komplett, auch wieder komplett unbekannt. Also, es wird wieder mal ein Blind Run. Oh. Hallo. Oh. Hallo. Hm. So ist einfach nur hier. Eine unserer Programmierung. Ich schätze mal, ich muss hier hoch bei den Dingern. Ich traue mich aber noch nicht wirklich. Ich gehe jetzt nur hier rein. Guck mal, ob da was ist. Sieht nicht so aus. Achso. Achso. Mein Leben ist bereits voll. Ich bin sozusagen voll im Leben. Quicksave. Na komm komm. Danke. 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 Ja. Wah, fuck. Feuer wird getroffen. Oh, das ist aber lieb. Da ist schon mal ordentlich Rüstung. Ah, Raketen. Ja, die können nicht gebrauchen. So, jetzt bin ich hier. Wow. Okay, hier werde ich hier hochbekommen. Das macht Sinn. Und hier muss ich dann wahrscheinlich rein. Da ist ein Raketenwerfer. Ja. Hm. Also, hier sind die Wahlkerzen. Ich wollte gerade sagen, Kerzen bedeutet normalerweise immer Secrets. So, Alternative 1, ich lasse dich halt hier sein. Alternative 2, ich gönne mir die Rüstung gleich und gehe davon, gehe dafür das Risiko ein, dass ich am Ende der Map finde. Ich würde mal sagen, ich lasse die Rüstung jetzt mal da. Und hoffe, dass ich hier hin zurückkomme. So, danke schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Boah, Alter, Leute Fuck Bis hin und fass, nee, ne? Achso, das ist die Ende Hier geht es ja gar nicht wirklich weiter, sondern das ist einfach nur eine Verlängerung, bis heute eine Aktivierung des ZDF aufgeht Oh, okay That makes sense Gut Jetzt können wir uns die Rüstung auch mitnehmen Jetzt tun sie sich auch Dankeschön Boah, wach, du Scheiße Na, der war doch klar Ach Gott Und die Rüstung ist schon wieder halb weg Oh, wir sind wieder Sieht schon nice aus Oh, wir sind wieder Fuck. Oh mein Gott. Alter, so viele Wehwände sollten hier los. Das Ding haben wir hier genommen, richtigen Moment. Wow, super. Das Ding haben wir genau im richtigen Moment, Alter. So, ich hoffe mal, das muss ich jetzt hier abzugehen. Nein. Achso, jetzt ein Schalter. Jetzt auch bloß ein Schalter. Ach so. War gerade schon nicht fest mit der Spinne. Achso, hier komme ich rein. Gut. Dann aktiviere ich mal da hinten den Schalter. Das war schon fast klar. Boah, Alter. Ja. Was ist das hier? Ja. Von der kommt doch bald rein, oder? Ja. Das hört sich aus, von wo ich kam. Ah. Ne, war schon feuerhoffen. Von da kam ja die ganzen Monster raus. Aber was habe ich jetzt gerade geöffnet? Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wo braucht du die Zeit? Ja. 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 Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Was hab' mich raus auf. Ja. Ja. Du bist so. Ja. Ich weiß es nicht. Masster. Masster. da geht es ja ganz schön ab ich habe doch keine einzige karte da wo ich habe sich bewegen gesehen wollte ich überall was ich glaube ich spreche zum beispiel das da ja ja um mich zu bekämpfen müsste schon etwas höher aufstehen oder später das weit gehen wobei es keinen sinn macht dankeschön! wow! boah, du scheiße! wow, 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 wow! wow, whoa, wow, 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 wow holly molly ok, ok, verstehe So, jetzt geht es hier hoch. Wofür? Achtung! Können die hier alle her? Ist da oben eine Zeugungsstation oder was? Ah, dann schauen wir mal und dann gehen wir mal hier hoch. Na, wieder Schüsse Raketen, endlich mal. Nachdem wir am Anfang ja schon viele verbraucht hatten. Wow, opstabend, Digger, ihr seid doch alle krank. So, ok, schön sachte, die Leute hier sind leicht zu erzonen, ach zonen, er, er, er borsten. Wo auch die Komponier? Alter, Leute, ernsthaft? Oh, ey, das wirst du gar nicht. Komm her, jetzt ja. Nein. Antragen. Alter. Ich hasse so Viecher. Noch mehr? Nein. Von wo denn? Wo? Erstmal speichern. Und jetzt gibt's noch einen Klatscher. Digger von wo denn? Meldet euch doch mal hier, Bastard, ey. Okay. Wow, ich hab noch genau null Rüstung. Nein, das scheint hier. Oh, Raketen voll. Sehr schön. Sehr schön. Kann ich ja wieder ein bisschen auf Rambo machen hier. Ups. Aber, äh. Ich glaub das war ja, jetzt war doch klar, war das doch ein. Ja klar war das klar, das war so klar. Mhm. Mh. Parkes, Schild am out. Wie war das mit Raketen? Bitch, please. Na, für die Brücke keine Rakete? Da hättest du keine Nackmassage. Alter, ich krieg hier noch einen... ...Hausfall der dritten Generation nur. Äh, der dritten Generation. Noch jemand? Hallo? Hallo? Keiner da? Na, alle weg? Alle weg? Ja, ich weiß aber, ein Schalter. Ich glaub wir erstmal hier aufräumen. Jo, jetzt hier ist gar nichts mehr. Dann... ...kurs diesen. Hitschuuu! Buh! Herzlich Glückwunsch! Ihr habt im Letzt-Flair von Ronin, ihr habt Lisa gehört. Ah! Oh, was? Hat der jetzt irgendwas geöffnet? Was hier, wo wir gleich wieder... Fünf... Ach du Kacke. Nö, hier ist nichts mehr gut. Dann muss ich also jetzt da raus. Das macht Sinn. Aber ich hab keinen Bock, wo das wieder so auswirkt, wenn das mal in der Falle weg war. Ach Leute... Ach so, erstmal bevor ich da rausgehe... Hä? Hä? Wo komm ich denn hier rein? Nee. Hä? Von wo kam ich denn? Ach so, no. Erstmal will ich noch hier die Dinger mitnehmen. Hab wieder ein bisschen rumgeballert. Wieder her von Ballach. Ballach. Buchverlag. Da. Ja... Ja... Jetzt speichere ich. Ok. Was? Ach... Oh, nö! Ich musste das in der Falle. Weck die doch am 1. Ach du scheiße! Neid... alter er hat jetzt die haute alle die feste breite leute egal was er nimmt nicht weniger das ist ja nicht gesund was sie gemacht holly molly wo wir jetzt sind hier ja da kommt nicht rein welche sie hätte ich mit laverspringen aber dann macht man wahrscheinlich die tür auf das war logisch und sinnvoll und überhaupt der ernsthaft jetzt könnte vergessen wenn das alle umringt kommen herkommen herkommen ernsthaft jetzt hier und es wird die typen los haben die geraucht und wenn ja du es noch niemals ehrlich also die tolle kranker geposte alles weg die bedeutet weg jetzt weg jetzt hier alle alle weg alle weg das ist von immer normal ja baum ja werkt man is er will er noch was hier jetzt wo ist es hin da muss ich hin Okay. alle besiegt er zieht so aus herzschlag lassen verstehe ich nicht noch mal schon zum ende hin aber richtig schön abficken ja ok und jetzt die ganzen helftsachen dankeschön dankeschön was so hier war nichts was mich interessiert alter schwede da fang mal wieder eine map der extra-generation kann jetzt hier nicht mal was brauchbar auskommen was richtiges achso dann bin ich ja wieder hier doch ich hätte doch irgendwo dieses mega charge gesehen wo war denn das? ich muss noch mal zum anfang hier irgendwie irgendwo war so ein mega charge hoffentlich war es auch ein mega charge und nicht nur so ein mega half das wird echt geprägert ach da doch das ist ein mega half wow leckt mich ich brauch mega mega charge, ultra charge, was? ach man ey, das brutsch wir sind jetzt loben es da habe ich noch falsch rum ja ich habe auch nicht ich muss hier zurück ich muss so rumlaufen und jetzt okay jetzt kräuter aus okay okay hier bin ich hier bin ich richtig das ziel war da gut dann machen wir mal ein versuch noch mal danke danke so krieg okay so viel zur zukunft die sich gerade blüht aus von daher schau